So Leute, heute gibt's ein ganz fixes Unboxing von diesem netten Brief. Ja, also, das ist ja auch, also man könnte sagen Sponsorbrief, aber eher nicht, weil eigentlich ist es eine Bestellung. Und zwar hab ich beim lieben Pyrofreak Germany, nein nicht Pyrofreaks, sondern Pyrofreak Germany, Visitenkarten bestellt von ihm, in seinem Shop und ja, guck mal jetzt mal hier rein, ich seh schon, ist sogar ein Brief dabei, also ein Zettel. Das wird wahrscheinlich die Versandbestätigung sein. Ich guck mal lieber drauf, nicht, dass ich hier zu viel verrate. Ja, ist es. Hätte er noch unterschrieben, so Free Germany und ja, hat mich eigentlich nichts gekostet, 0 Euro, Versand 0 Euro, alles 0 Euro. Also, ja, bin ich gut davon gekommen. Und ja, jetzt zeig ich euch mal noch diese Schmuckstücke hier. 30 Stück hab ich für seine Karten bestellt und gehen natürlich auch welche an meine Schwester. So sehen die Teile aus. Hier schön mit Instagram-Namen, YouTube-Namen und auch mit einer Kontakt-E-Mail. Hier natürlich schön Prunkreise von Keller, Burpiep Böller und China Böller D. von Nico. Ja, und die ganzen schönen Dinger 30 Mal. Und, Leute, das war's auch schon mit dem Video. Sehr kurz, aber ja, das war's schon. Und ich bedanke mich, dass ihr zugeguckt habt und schaut auf jeden Fall mal bei Pyrofleek Germany vorbei. Hab ich euch mal unten verlinkt in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Und haut rein! Ciao! Outro